So, moin, hier zurück bei Quantum Break, leider muss ich noch mal eine Episode oder Akt, eher gesagt, mal nachspielen, weil die Aufnahme nicht funktioniert hat, das war natürlich sehr toll, ich freu mich, äh, hat mich sehr gefreut, dass es nicht funktioniert hat. Äh, jetzt müssen wir mal gucken, wo ich war, das war die Episode 3 und der Zier, ja, Pot Donnelly Brücke, nachdem er von Bess getrennt wurde, muss Jack die schwer bewachte Pot Donnelly Brücke überqueren, ich will jetzt gerade nochmal erneut spielen, leider ja, ich habe auch 100% entdeckt, alles wunderbar geklappt, ohne große Fails und was ist? Shit. Halt und bestätigen, ja. Ja, leider, weiß ich nicht, äh, Twitch hat gestern noch ein Update gemacht bei der Xbox One und dann, äh, oh, Standard 2 ist überträgt, aber funktioniert einfach nicht. Bisher bei Quantum Break. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Starten Sie eine PR-Kampagne, wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein, aber Sie kommen mit uns, wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Schaff sie auf das Boot, ich lenke sie ab. Na los, schnell, Beeilung! Sie war die Einzige, die mir die Medikamente verabreichen konnte, die meine Krankheit kontrollierten. Sophias Daten waren immer gut, ich vertraue ihr. Wir analysieren die Zahlen und treffen sofort Vorbereitung für die Aktivierung des Rettungsboots. Gut. Ich bringe den Laptop in die wissenschaftliche Abteilung. Nein, ich denke, das mache ich selbst. Joa, jetzt geht's los. The Secret History of Time Travel. Sie haben genau das genommen, was Paul zum Überleben brauchte. Dr. M. Das hat sie zum wichtigsten Ziel gemacht. Ja, das stellten Sie klar. Monarch sperrte jeden Fluchtweg mit Barrikaden und Straßensperren ab. Ich musste aufs Festland, mit dem Auto ging das nicht. Braucht einen neuen Plan. Okay, los! So, Axel Teil 1. Quantum Break Einsichten. Beth, du musst mich abholen, die Straßen sind zu heiß. In Ordnung, wo willst du mich haben? Ich sag dir Bescheid, sobald ich irgendwo hochkomme und mir die Brücke besser anschauen kann. Ich denke aber, es wird nicht möglich sein. So, wie gesagt, ich weiß halt schon, wo es hingeht. Aber da habe ich das erste Mal jetzt gefehlt. Das habe ich vorher in der Aufnahme noch nicht gemacht. Hm, vielleicht. Bruder, ich komme dich abholen. Du musst nur Bescheid sagen. Ich sitze hier draußen ziemlich auf dem Präsentierteller. Versuch dich also zu beeilen. Es wäre besser, wenn du mich auf das Boot holst. Monarch ist mir auf den Fersen. Ich mache mir hier nicht gerade Freunde. Wie geht's, Dr. Emerald? Schlägt immer noch um sich und schreit rum. Wie lange brauchst du noch, bis du hier bist? Kommt drauf an. Ich schaue mal. Da muss ich hin. Ja, die ganzen Hinweise hier und so ein Kram, wie gesagt, habe ich mir schon alles angeguckt. Ich habe, wie gesagt, 100% erreicht. Du darfst uns immer Y drücken, dann wisst ihr, wo die Sachen stehen, was du machen müsst. Und ja. Leider haben wir eben hier komplett durchrennen, so mehr oder weniger. Weil ich weiß halt schon, was Sache ist und was nicht und so. Das ist halt alles nicht neu für mich. Leider. Immer noch kein Sichtkontakt zu Joyce und Wilder. Wir suchen weiter. Ich kann hier nicht lange bleiben, Jack. Du musst dich beeilen. Ja, apropos. Schlechte Neuigkeiten? Das ist wohl das Motto heute. Ich sehe mir die Brücke gerade an. Wenn ich nur in die Nähe komme, werden sich Unschuldige im Kreuzfeuer wiederfinden. Na gut. Irgendwelche tollen Ideen? Sie können jeden Moment weiter. Äh, mal sehen. Unter der Brücke ist ein Pier. Da kannst du mich mit dem Boot abholen. Riesige Benzinwerbung. Nicht zu verfehlen. Schön hell, damit Monarch alles gut sehen kann. Wir haben keine andere Wahl. Wechsler auf Monarch-Frequenz. Ich melde mich. Ich bin in ein paar Minuten da. Also versetzt mich nicht. Natürlich nicht. Ich hätte die ganze Sache noch geschoben. Okay, wie kommen wir da runter? Wo ist die Rutschstange? Entschuldigung, Sir. Wir helfen der Polizei nach einem Terroristen zu holen. Abreden wir meine Hände. Na? Ist das der Flügel, die die für Dötungen noch gelassen hat? Aber ist der nicht da? Das ist ja wieder. Das sind die Wäsche für Dach. Der Zeitriss ist zum Teil ab und zu vorteilreich für mich. Ab und zu nicht. Verdammt. Ich beeile mich besser. Das will ich gleich noch sehen. Wenn Sie irgendetwas zu berichten haben. Auch geil, oder? Hey, das ist Jack Joyce. Ja, so. Der Zeitriss ist gerade aktiv hier. Da habe ich trotzdem welche mit Krono-Maschinchen auf dem Rücken. Die muss ich trotzdem wegholen. Das reicht doch einfach, die direkt irgendwie zu erwischen. So, zack. So schnell geht das. Easy peasy. Wie sagt es nur die? Wo sind deren Waffen? Ich brauche bessere Waffen hier. Irgendwas beschießt mich hier noch. Ah, das ist hier einer. Wo ist er hin? Da. Da sagt er, eine Verpoolen geht nämlich auch bei den leichten Gegnern. Das ist eigentlich ganz cool. Cool, ne? Oh. Gehen die schneller down. Wenn man schön ranläuft und mit B dann. Außer man hat gerade keinen Wupsen, nur wie es heißt. Aber sonst macht es halt Spaß. Na klar. Wo ist die Anomalie eintrat? Ihr Boot hat sie nicht erreicht. Nein. Aber es gab mir die Möglichkeit, auf die Brücke zu klettern und dort an Monark vorbeizuschleichen. Mehr oder weniger unbemerkt. So, schnell weiter, 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 weiter. Auf die Brücke und sie überqueren, bevor diese Anomalie vorbei ist. Es ist echt blöd, wenn man es noch mal spielen muss, ey. Äh, mein Geil. Da sind auch überall Chronoquellen, also sechs Stück an der Zahl und die hab ich auch alle aufgenommen. Da kann ich auch ein bisschen meinen Charakter ein bisschen mehr leveln. Das war eigentlich ganz cool. Hier sieht es sich das an, hier. Geile Himmel hier. Zeitbeschiebungshimmel. Geil. So, da ist so eine Tafel, wenn ich hier gucke. Das waren keine Polizisten. Sie hatten keinerlei Befugnis. Aber Monarchs PR-Maschine hatte ganze Arbeit geleistet. Sie waren die Helden, die alle beschützten. Und Sie waren der Terrorist. Ja. Sogar noch schlimmer als mein Passbild. Wie gesagt, hier hab ich schon alles, ne? So, da ist Muni, das heißt gleich jetzt los. Das ist natürlich nicht so toll. Da steht schon eine Waffe. Jetzt kommt so ein Obermuckel. Der noch irgendwie so eine komische Fähigkeit hat. Die mir nicht gefällt. So, hier natürlich immer ratsam mit einem Shotgun. Aber den hab ich gerade nicht dabei. Den hab ich gerade nicht. Deswegen muss ich nochmal gucken, wie ich das hinkriege. Da ist es bei euch ja, ne? So, und ich natürlich auch gleich direkt. Da. Oh. Falsche Nopferdruck, glaub ich eben. Hubsen! Äh, ja, das ist jetzt irgendwie gerade scheiße gewesen. Ich konnte dieses Laufen nicht machen. Das war vor, vorher die Aufnahme, hab ich das 1A eiskalt durchgezogen. Ohne, dass ich einmal sterben musste. Und jetzt so ein Mist. Das ist echt der Hammer. Ich hab vorher so gut gespielt gehabt in der ersten Aufnahme. Und jetzt muss ich den ganzen Tag noch nachspielen. Und was ist? Äh, das läuft nicht. Ey, super. Los, komm ins Lade. Gibt's doch nicht hier. Ja, ja, ladal, ladal, ladal. Eigentlich schon. Jetzt musst du nochmal laden. Ey, komm bitte. So, jetzt reicht's doch. Jetzt schießt die halt über den Haufen wieder Shotgun, ey. Los, 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 los. Und wichtig ist auch immer in Bewegung bleiben, ne? Geil, dass er mich direkt da starten lässt, ey. Aua, aua, aua. Was? Das hat nicht funktioniert. Alter. Ich hab mir die ganzen Sachen aufgebraucht. Na, nicht gut. Oh. Nicht drauf gehen. Ja, das war, das lief wieder, das andere mal besser. Jetzt muss ich noch nachladen. Scheiße. Ja, von vorne bringt das halt nix. Äh, andere Waffe reinnehmen, bitte. Gut, fünf Schuss. Alles klar. Ich muss mich hier schon bewegen, 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 bewegen. Dann wupsen hier, wie das heißt, hier. Dann hinter ihn, dann auf den Kanister schießen und schon läuft's. Okay, gut, alles in Ordnung. Ich muss nur über diese verdammte Brücke kommen und dann hab ich es geschafft. Ach, die war eigentlich ganz okay, aber ich kann's besser. Jetzt kommt noch Jump'n'Run. Ach, guck dir das mal an, wie geil das aussieht mit dem Schiff und so. Ich weiß ja, was kommt. Woops. 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 Erstmal eine Runde rumhängen da, ist auch geil. So, man sieht da hinten schon die Teile sich bewegen, die man dann gleich stoppen muss. Erstmal die Hängeblutty beenden. Das ist richtig übel, richtig übel. Wow, vorbeigesprungen. Geil. Ja, super. Naja gut, ist halt so. Jump'n'Run kack, mag ich nicht. Also egal welches Spiel. Ist für mich vergoldet zu weit. Allein schon weil der Kack der sich halt eben scheiß und weh ich das ist halt kackt. Hä, was ist denn jetzt los? Okay, und nochmal, weil es so gut war. Ach man ey, wie soll die erste Aufnahme nicht funktionieren? Da bin ich so durch ey. Ah. Dieses lange Laden, der hilft mich auch. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Hä? Ja. Ich hab auch gerade keinen Bock mehr. Ich hab auch gleich wieder auf. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Fass halten, fass halten, fass halten. Fass halten. Fass halten. Das war knapp, aber eigentlich hätte ich da wupsen müssen. Aber so muss man halt diesen Zeitrun machen, da. Na, es war zu früh. Oh. Hier muss ich wupsen. Oh, ja. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Wo, 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 wo! Oh, oh. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Nein, ich wollte da fallen. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde das Ende der Zeit aussehen. Alles war zerrissen. Im Chaos. Eingefroren. Und niemand würde es bemerken. Eingepartie. Boah, hast du da automatisch gemacht? Und weg. Ab ins Zeitleipf war es auch. Der Riss wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten sich. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Will's Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Es ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Und das ist unvermeidlich. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Sie haben ihn geschätzt. Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen Sie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen. Oder wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Amy, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Alles klar. Okay, Doktor. Los geht's. Und ich werde sie nicht aus den Augen lassen. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Das würde Ihnen leid tun. Ja, geil. Ak4 Teil 2. Bevor wir nach oben gehen, müssen wir etwas besprechen. Okay, das besprechen wir aber gleich. Jetzt cut ich kurz und bin gleich wieder da. Erstmal hier, danke fürs Zuschauen und bis gleich. Dann krieg ich gleich. Vielen Dank.